Dankeschön. Ich sehe auf unserem Flipchart ganz viele Lightning Talks, eigentlich zu viele, aber wir werden alle dran nehmen. Allerdings mit der Bitte um Einhaltung der wirklich maximal fünfminütigen Redezeit und bitte echt kurz halten. Weil wir wollen ja nachher noch zum gemütlichen Teil übergehen, der im Anschluss stattfindet. Ich bitte nun den ersten Lightning Talk Barcamp Graz. Ispa hat sich als letzte eingetragen. Zuerst Barcamp Graz. Aber der letzte Talk wird Überwachungspaket sein. Vielleicht machen wir die Lightning Talks mit dem Handmikro. Bei Fragen gehe ich damit herum. Hallo? Ist das ein Kürzen? Ja. Hallo? Ja, definitiv. Danke.